Anstand! Ja, ja. Naja, ich spiele ja auch schon lang. 20 Minuten sind's bestimmt schon. Echt? Nö, ich spiele das Nacht. Was ist das nochmal? Jetzt wird's einfach dunkel, oder? Ja, richtig dunkel, okay. Okay. Ja, und die Viecher bewähren sich weiter als sonst und lehnen alles möglich um. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht nur das Problem, glaube ich. Bei dem Level, was wir haben. Geh weg! So, holz! Merde! Angry Dinosaurs, das ist ganz böse. Weil da greift dich jeder Dinosaurier an. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, bei dem Level, wo wir jetzt sind, ist es eigentlich schon fast wurscht. Wenn's jetzt nicht gerade 10 Spinos sind, das ist... Ich glaube, wenn du so in, äh... eine Reihe von... 4, 5 Prontos drin kommst... Ja, gut, wenn du dich immer wegstoßt, ist doch blöd. Ja. Da hast du recht. Dann kommen noch die Viecher dazu, die bei Prontos helfen normalerweise immer rumrennen. Ja, da geht er rund bei dir mit den Levelnets auch. Hallo, der 13. Okay, wir haben Strahl. Okay. Ich würde sagen, gehen wir weg. Ja, wohin? Bis nach oben. Ja, irgendwo, wo nix ist. Gehen wir da einfach hoch bei den Steinen vorbei und nach oben, da ist keiner. Links von uns sind welche. Und... Na, wir sind eigentlich relativ alleine. Alles klar. Allein. Ja? Du schnaufst schon wieder. Was will man an dich? Hä? Was ist denn das? Das kann nicht sein. Das macht immer so... Ach... 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 War ja nett? Ja, doch. Ist das so. Wenn ich das Video hochladde, kannst du es anhören. Ja, nehm. Ja, nehm. Melee Damage, yeah. Boah, jetzt geht's aber... Ich mein, ich atme zwar schwerer, weil der Santi mich angesteckt hat, aber moja. Ja, aber später hab ich ja nicht genug. Mhm. Und eigentlich könnten wir's kriegen gehen. So, dann... Indizidell ist ja das so. Ja. Aber die sollten irgendwas machen jetzt. Ja, ähm... Suchen wir uns mal. Jetzt können wir uns übersuchen. Welche Levelasten? 116, naja. Auf jeden Fall, ein Viech killen, dass wir mal die Lederrüstung fertig haben. Weil das geht schnell und... Mir fehlen nur noch Handschuhe, glaube ich. Oder wir skillen einfach mit Foundations weiter, beide. Machen wir ein paar Pfeile. Jo. Bin so planlos voll. Boah. Warte mal, was machen wir denn jetzt? Ähm... Also Pfeilbogen hab ich Pfeil, hab ich... Pfeil hab ich... Panakotik Pfeile mach ich noch. Theoretisch bräuchten wir jetzt eine Smitty und eine... Wie heißt's? Reforge? Mhm. Haut, Holz, Fiber und Steine, das wär jetzt natürlich schlimm. Ja, Haut halt, ne? Ja. Ja, Frage ist nur wo... Ja, Frage ist eben wo machen wir's hin. Ja, dann am besten irgendwie beim Eisenspot. Ja. Wenn wir dann mal einen finden. Wollen wir jetzt einfach los, im Dunkeln ist vielleicht nicht so schlecht. Ja, können ja mal ein bisschen. Einfach neckere Glück rein und ich lauf hinter dir. Du siehst mich, oder? Ja. Und da hinten ist auch noch was los. Ja, ich find's eigentlich grad nicht so ne gute Idee. Was ich jetzt so gesehen hab, sind die alle schon ziemlich hoch im Level. Ja, gehen wir nach unten. Zum Fluss und rechts eher. Okay. Und da hinten ist eigentlich nicht so viele Strahlen. Ja, stimmt. Obwohl es ist immer nur da, wo sie waren... Ja, aber generell zeigt ein Trend, wo die Leute so sind. Wir können auch über den Fluss gehen. Können wir auch. Dann sind wir beim Volkan. Mhm. Und da sind eigentlich keine Strahlen, nur einer. Also. Gleich ein bisschen übersprinden kann. Warte ein bisschen. Okay. Geht los. Einfach durch da. Ein Ei. Das bringt nichts, oder? Nee, lass das ja auch nicht los. Greif dich noch was an. Ja, stimmt. Ja. Ja. Jetzt krieg ich schon Panik, wenn mich so ein blöder, äh, wie heißen die, Piranha angreifst. Na. Weil meistens macht es bei mir immer so, äh, 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 und damit ist tot. Die, 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 die. Ja, den killen wir gleich, oder? Muss ja denn. Da. Na, wann schon. Sehr schön. Ich muss nur einmal draufhauen, dann habe ich genug Haut. Noch ein Dealer. Ja. Na? Ich genug. Was brauchst du noch? Äh, ja, lass uns weitergehen, jetzt da mal einen Malt rein, oder so. Na, Gott, am Strand. Äh, Haupt brauchen wir, glaube ich, noch mehr für die Reforge, oder für die Skull. Ja, die Viecher können wir uns ja dann holen. Genau, hier am Strand ist ja blöd. Hast recht. Ja, genau. Sag mal, wenn ich einen Affe tehmen will, muss ich die Bären immer auf der Null haben, oder gehen das auch auf eine andere Seite? Also muss die Null sein. Ein bisschen ein Meitschuberi, die die vier hätten da. Okay, es ist kalt. Ach, Kryl. Oh, wollen wir den Themen? Oh, ein Rex. Nee, doch. Ah, das sind mehrere. Ah, das sind Kornos, jenes. Okay, dann, ich kill die. Das wird's zu gefährlich. Gibt's auch eine P. Wie ich die schon wieder nicht treffe? Stirb! Es gibt auf jeden Fall Haut. Ja, Haut hat man sicher genügend, wo ist, ja? Ja, der ist recht tot. Ist da. Oh, da sind... Mann, ein Tiger! Ach, den will ich versuchen zu täten. Das ist nur ein Vogel. Kannst du den Vogel killen? Ich hau mal den Tiger da geholt. Ja! Ah, scheiße, ist tot. Fuck. So, ein Vogel ist da. Guck mal rein. Die Viecher, ne? Zum Teil haben sie anscheinend gute Sachen. Stimmt, genau. Ja, ein Speer. Ist das normaler, irgendwie? Oh, ich bin vergiftet. Ah! Ich glaube, ich wohne. Ja, komm schon, ja. Da. Chitin! Brauchen wir auch. Äh, wenns geht, Santi, wenn sie so nahe sind... Wow! Was war das? Ah! Ja. Lasst los, du Scheißding! Wenn sie so nahe sind, kannst du die Speere auch gut werfen. Ich hab das Gefühl, die machen viel mehr Schaden, wenn man sie wirft. Ja, mach es. Außer du hast halt eben dem ansprechen und die Hilde. Oh, ich sollte dringend was essen. Ja. Regnen tut's ja schon mal. Gewicht mach ich auf. Ich weiss nicht. Boah, ich muss auch was essen. Gut, dass du's ansprichst. Melee Damage. Boah, es hat gut Level gegeben. Bin schon 206. Essen wollte ich was, genau. So, Lagerhausverkauf, alles muss raus. Ich hab schon wieder viel zu viele Sachen dabei. Was? 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 Ah, der Vogel. Ja, dann können wir den schnell. Mein Zahn an. Wieso denn? Was? Ja. Was? 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 Wie? Was? Was? kann auch nicht jeder bei es greifen der an dazu keine späne johann ist alle verballert aber ich kühle den schnell na komm her du ich habe keinen Begriff beschäftigt ich kriege jetzt die Sperre wieder raus Inventar da hat ein bisschen was drin das ist ein Rezept glaube ich naja ein Speer und paar Beeren ist noch Fleisch drin kannst du dann Fleisch rausnehmen ja ich habe auch nochmal reingeschmissen kann ja nicht schaden weil das mit den Beeren das dauert immer zu lang wir müssen irgendwas machen wir sind na obwohl wir haben ja viel Zeit also ich habe alles brauchst du noch was? ich habe den Rest jetzt nicht siehst du ich hole mir noch ein bisschen Reserve Leder Medi Damage hoch wie lange läuft noch Spischer? keine Ahnung eine halbe Stunde etwa oder? Brutmutter ah ja Brutmutter war gerade vorher da ich glaube jetzt sterben so einer oder zwei ich bin mal gespannt wir sollten irgendwie Eisen finden ja gehen wir da mal hoch ja scheisse das Feier mag ich nicht noch mit Fleischbraten obwohl ah ein kaltes ah schon na das schmeiß mir wieder ein paar Sachen weg ich habe viel zu viel Fleisch dabei die Chitin hätte ich schon für die Rüstung dann ich weiss doch nicht ob es reicht Metall hätte ich 6 Metall habe ich 5 so das kommt raus das kommt raus das kommt raus Steam wäre es heißt Steam wäre es die will ich reinziehen das ist gut für ja Stamina mhm mhm ok Regen ist weg Brutmutter ist getamed so ich mach mal na ich lass was vorher brennen vielleicht findet man die Stelle wieder ansonsten freut sich ein anderer ok gucken wir mal wegen der Rüstung und Metallpieke vor allem das wäre am wichtigsten mhm und dann vielleicht mal einen Dino suchen ja ich würde nur einfach gerne mal in die Mitte kommen das würde man schon reichen uh hier sind ein paar Vögel ich bekomme boah ah was willst du alle drei sind die suchen nicht na easy die nerven sich wieder die nerven sich wieder also bei mir machen die eigentlich keinen Schaden ok und gibt gute P wieder so das war's ja so hier siehts gut aus als ob hier irgendwo Metall wäre hier ist Metall sehr schön dann bauen wir den ja was fehlt mir dann was fehlt mir dann was fehlt mir dann was fehlt mir dann ich brauche Holz ok der eine hat eine Metall Pickel dabei echt super so so noch ein bisschen Gewicht hoch mal auf 2,50 so lass ich's aber äh Holz brauchst du noch Haut nur Haut mhm also ich brauche eigentlich alles für die Dings dann ja wobei Haut habe ich genug warte ich sagst du ganz kurz äh Steine brauche ich jede Menge sonst habe ich alles ja habts ja auch genug ich komm mal hol bring dir alles ja was fehlt mir jetzt noch warum fehlt mir Holz ah da ist eins hä ich hab noch Holz dabei Sante ah bitte ja warte 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 ah das ist ja ah das rollt er das noch runter was scheiße hier ah jetzt wird es liegen sehr schön also also schon 33 total wunderbar wo ist denn das Zeug jetzt hin hä ah ich hab sie drauf genommen ah wunderschön kannst du mal sie irgendwo draufschmeißen ja ja weil wahrscheinlich kann er mich da nicht mehr bewegen ja wahrscheinlich kann er mich da nicht mehr bewegen ja wahrscheinlich kann er mich da nicht mehr bewegen ja ja ich hab's noch Holz ich glaub ich brauch Steine warte ne ich kann spawnen eins jedenfalls eins jedenfalls wenn du mir noch Steine bringst circa 100 Stück dann könnte ich noch eine zweite ja wenn du Metall hast kannst du gleich reinschmeißen ja gleich so 100 Steine bin da nein hast du auch behindert gebaut ja sorry hier ist nicht grad die ah jetzt wird's verarschen lauf halt einfach hier geht's jetzt nicht lauf halt einfach genau hier ist nicht grad die beste Stelle zum bauen gewesen außerdem konnte ich mich nicht bewegen ah wie er sich aufregt Smitty was baue ich für Smitty Steine, Metall kein Metall ist drin Steine ich überrascht ne hm 50 glaube ich ne zum Teil gib Metall her ah Steine hätte jetzt ich schmeiß die da hin dann Smitty 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 ja Metall den Gott braucht jetzt so mhm eins noch komm 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 gut 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 ah das dauert ewig kümmerst du dich dann um die Metallpiken mhm und vielleicht um die Chitinrüstung Chitinrüstung also Chitin hätte ich einen Haufen ich schmeiße dann alles rein wo stehe ich das jetzt hin dass wir uns den Weg nicht verbauen hier ah ich hoffe es kommt keiner mach gleich nachher in die Wand und ein Dach ah stimmt gute Idee machst du oder soll ich? ne du kannst dann mach ich die Lüstung dann keine Wände muss ich aber erst lernen wo sind denn die? wo sind denn die? ah Wodenball ja also erst Tetchball Wodenball dann baue ich einen Doorframe auch noch ah na wobei ich sperre uns einfach ein wir können sie dann niederreißen hast du genug Metall dabei? nein noch nicht ich bin auch in Ordnung mit Metall Tetch und Fiberbau gleich wieder da Halt und Halt brauchen wir auch noch Halt habe ich ja kannst du auch noch was für sagen ich hab bestimmt 200 oder mehr na na